Ich mach mal hier vorsichtshalber Frames drunter, falls die irgendwas kaputt kloppen, dass hier die Kisten nicht runterfallen oder so. Oh shit. Hier ein bisschen Bammel muss ich sagen. Ja, aber weißt du was so schön ist? Dadurch, dass die Zeit so schnell vergeht, wird die Hordennacht auch schnell vergehen. Das sagst du. Das sag ich. Wir müssen bis vier Uhr aushalten. Ich weiß. Wir schaffen das schon. Das Problem ist, wir sehen hier draußen überhaupt gar nichts, ey. Es ist einfach nur dunkel. Oh shit. Ich geh auf die andere Seite. Komm ey, wir sind startklar. Ich weiß es nicht. Ich habe 193 Pfeile, ich sehe gar nichts. Ich habe noch eine Fackel. Alter. Wir sind so am Arsch. Wir sind richtig am Arsch und es sind nur noch sieben Minuten gleich, siebeneinhalb. Alter, das ist richtig unheimlich hier mit dem roten Himmel. Vor allem ist alles richtig dunkel. Hallo? Was ist hier los? Mach mal die Fackel aus, ja. Stell dir mal vor, wir hätten hier in der Hütte keine Fackel an. Ich glaube, wir haben ein richtiges Problem jetzt hier. Oh mein Gott. Ich mache mal den Kopfhörer ein bisschen laut, damit ich auch gleich die richtige Panik kriege. So, und bitte die Daumen drücken, dass ich hier nicht wieder rausfliege. Oh, oh. Es geht los. Wo seid ihr denn, Freunde der Sonne? Von hier. Von dir? Ja. Und WTF? Alter, was ist denn mit dir los? Ein brenner Zombie. Ja. Happy Halloween oder was? Alter, oh Mann. Scheiße. Ich sehe überhaupt nichts hier, ey. Ja, doch, aber sie sterben an den Spikes, aber ich sehe auch nichts. Aber du hörst doch schon, es geht alles kaputt. Alter. Ey, ich glaube, wir haben hier gleich ein richtiges Problem. Und ich sehe nichts. Also Leute, nicht wundern, wenn ihr nichts seht. Wir sehen genauso nichts. Oh, scheiße, ey. Kriecht der noch? Ey. Kannst du mal eine Fackel annehmen? Ich habe gerade keine. Sieht man da mehr? Oh, okay. Ja, ich könnte die hier ranklemmen. Ich könnte es probieren. Wo, wo? Hier, geradezu. Ich halte die Fackel. Aber, warte mal. Hilft das? Ein bisschen? Ja, perfekt, perfekt. Super. Ey, was ist denn mit... Oh. Okay, Pfeil verschwendet. 15 Minuten haben wir schon. Oh. Ey, bis dahin sind die Spikes am Arsch. Da kommt der nächste Renner. Alter, sag mal... Komm mal ein Stück herüber. Hier, rüber zu mir. Wo bist du denn? Na hier. Da. Dass sie sich ein bisschen verteilen, weil die laufen immer zu uns. Ey, und da kommen die nächsten zwei Rennenden. Die sind aber neu, ne? Naja, neu sind die nicht. Die gab es schon eine Weile. Ey, Leute, lasst die Spikes in Ruhe. Wir haben nicht so viele... Scheiße. Ich glaube, wir haben echt die Arschkarte. Ey. Jetzt rennt der hier unten rum. Warte mal ein Kalt. Oh, du pisst, Sammy. Der hat einen Rucksack auf. Weil der hat einen Rucksack auf? Ja. Mit dir. Hallo, Junge. Der sah aus wie ein alter Mensch. Also nicht wie ein alter Mensch, sondern wie ein ehemaliger Mensch. Ich hoffe, dass... Oh nein, oh nein, ich glaube, ein Spielcrash. Glückwunsch. Ja. Bin gleich wieder da. Der Rucksack auf. Ja, und der hatte auch normale Klamotten an. Das ist, äh, denying player with duplicate name. Na, das ist super. Ich bin also theoretisch noch da und eigentlich bin ich nicht da. Das ist schön, dass ich jetzt hier voll alleine bin. Ja, dafür kann ich nix. Das Karma ist es heute. Alter, also... Oh Gott, dieses Rumgestöhne. So, aber ich bin ja gleich da, ne? Und ich hoffe einfach, ich fahre jetzt hier nix runter. Super. Ey. Trümpel. Also ich kann schon mal sagen, drei Reihen Woodspikes sind für den Arsch. Das reicht dem im Fall ja nicht. Das ist aber krass, ey. Ich würde, ich meine, die kommen ja zumindest nicht hoch, aber... Trotzdem. Das Problem ist, sonst gehen wir wahrscheinlich irgendwann die Pfeile aus. Ja, und es ist erst 22, 42. Und so fein das Problem ist, ich meine, wir können auch mal einfach warten. Wenn wir die killen, das wären ja ohnehin nicht weniger. Aber wenn wir die ganze Zeit killen, dann gehen wir uns irgendwann die Pfeile aus. Ja, aber wenn wir die jetzt hier machen lassen, dann... Wir können dagegen reparieren. Ja, das stimmt. Ich gehe mal... Oh Gott. Soll ich mal ein bisschen aufrüsten? Oder kann man hier schon... Nee, die haben ja noch gar nichts kaputt gemacht. Nee, nee, machen so... Die machen nicht so viel Schaden. Ich habe noch 170 Pfeile. Ich meine, so wenig ist es jetzt eigentlich, ne? Alter, diese Geräuschkulisse, das ist vom Beinzen. Ey, der krabbelt da noch. Oh, der hat auf jeden Fall so einen richtigen Spike kaputt gemacht. Naja. Aber es ist gerade Ruhe, ne? Es kommt gerade nichts Neues. Ich treffe den aber nicht. Doch, der kommt doch. Naja, ist egal. Oh, hallo. Jawohl. Ich stelle mich mal ein bisschen weiter hier hin. Mal gucken. Aber das ist natürlich gut zu wissen, dass wir hier dann auch noch ein paar mehr Fackeln hinhängen müssen. Ja, die machen wir dann hier draußen eine Dings, diese Flutlichtbeleuchtung. Ach, der Zuck, oh, und der ist der nächste Spike noch rückgegangen. Und der wieder mit dem Rucksack. Dann guck dir mal an, der sieht doch aus wie ein normaler Mensch eigentlich. Irgendwie schon, ne? Außer, dass ich mir gerade irgendwie so ein bisschen... Ja, vielleicht sind das auch keine Zombies aufrechte, dass die Banditen oder so. Die was? Banditen, es gibt gleich so Banditen. Und die kommen dann hier plündern neben den Zombies, na, das ist ja eine super Idee. Ich habe keine Ahnung. So, der ist auf jeden Fall jetzt tot. Boah, ich würde gerne alle plündern gehen, aber... Ein ganz schön viel Spaß, Wolfgang. Nach der Horden-Nacht werden wir uns das mal angucken. Das ist ja ganz schön. Heißt, ihr werdet jetzt quasi nur mit Marios an sich vorliegen nehmen? Irgendwas ist ja immer. Vielleicht hat der eine von euch auch schon mal das Problem gehabt, wenn er halt... ...zuhause einfach den Server betreibt, dass dann halt irgendwie der nächste Spieler einfach rausfliegt. Oh, ich muss jetzt mal ein bisschen was wegmachen hier, ist da etwas... Okay, irgendwas habe ich erwischt. Oh, Leute. In die Po-Backel. Ach, der denn da oben, ey, so mal. For Breakdance. Ja, aber wirklich... Oh, jetzt... Nein, es reicht noch nicht. Ey, Junge, komm klar. Da kommt der Nächste. Der nächste Brenner. Na, wie gesagt, einfach mal ein Stück hier hinterkommen. Die laufen auf den Spikes lang. Ja, es ist krass, dass sie das können. Ey. Nee, ist schön, dass sie es machen, weil dann kannst du die schön rumziehen. In die Hütte. Oh, der ist... Ist der kaputt? Nee. Der Brenner ist weg. Ach, Mensch. Das ist eine spannende Hordennacht für heute. Also, ich würde das Problem ja gerade gerne beheben, aber... Aber es geht gerade nicht, nicht mit in der Hordennacht. Heißt, ich versuche das Beste, auch wenn ich die ganze Zeit reich bin. Oh, oh. Oh, oh. Das ist erst 23 über 35, oder? Ja. Da war ich mir gerade zerlegt da unten. Okay. Sich selbst. Okay, der ist tot. Aber die anderen leben noch. Oh, meine, wie viele Pfeiler hast du noch? Da kommt der Nächste. 150, 151. Oh, den habe ich aber gut erwischt. Den auch. Oh, warte mal. Ich gehe mal kurz runter reparieren. Ja, mach mal. Da ist eine Wand schon ziemlich angeschlagen. Mach mal. Ich gucke mal... Oh, pass. Dass ich die hier noch von oben erwische. Komm, komm, komm. In den Kopf. Ja, guck ruhig. Er stirbt doch einfach. Das Dickerchen hier will unbedingt die Wand kaputt machen. Wie kann der eigentlich so gut stehen, wenn ihm ein Bein fehlt? Hier kommt einer durch. Der muss weg. Ganz dringend. Treffe ich ihn? Na, der ist da unten. Okay, den reparier schnell. Gerade ist, äh... Oh, brennender Zombie. Oh. Okay. Hast du? Jetzt kommen die Nächsten. Oh, fuck. Ich treffe die nicht. Muss ich ihn bis jetzt mal drum kümmern, dass du die weg machst? Du, äh, ja. Ich, äh... Ich, äh... Ich versuche, zu operieren. Ich versuche ja gerade hier den Böden brennenden. Okay, der ist... Der Nächste liegt auch. Stört, Mann. Oh, diese Pfeile sind so schlecht. Ein bisschen Crossbow wäre ja geil. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. So, ist der jetzt tot? Ja. Okay, gerade... Irgendwo ist noch was. Der noch. Oh, hier. Da ist der Nächste. Ach, mit einer Uschi zusammen. Uschi, was ist mit dir los? Die hat echt ein komisches Hobby, auf Spikes rumzupfen. Die röchelt doch ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ja, ist sie das noch? Stimmt. Jetzt aber. Ich sehe gerade keinen. Hallo, wo ist denn hier wer? Da, ach, ein Krieger. Aber das ist der nicht, der die Geräusche macht. Kommt von irgendwem anders. Ui, 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 sag ich nur, Freunde, 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 Freunde. Und der Breakdance hier wieder rum? Alter. Komm her. Ja, wenn wir beim nächsten Mal dann halt irgendwie schon ein bisschen verstärkte Wände haben, vielleicht mit Gezwungen oder so, dann ist es, glaube ich, auch nicht mehr das Problem. Na komm. Jetzt haben wir halt natürlich nur das Problem, dass wir die ganze Zeit auch irgendwie die Viecher wegkillen müssen, sonst glaubt ihr uns die Bude kaputt. Ja. Oh, ich bin gerade erst mal zwei Stunden rum, vier Stunden haben wir noch. Ja. Oh, schrecklich. Aber es ist gerade ruhig. Naja, vielleicht kommen auch nicht mehr so viele. Okay, der ist hin. Und der ist jetzt hoffentlich auch hin. Ne, der zuckt noch. Zucken beide noch? Sind die jetzt tot? Ne, zucken noch, glaube ich. Ja, aber vielleicht rutschen sie manchmal einfach nur über die Spikes, aber gerade so. Ne, ne, irgendwas schlägt noch einer. Das ist der aber nicht. Ich glaube, hinter dem Stein hängt jemand. Hm. Aber es ist gerade ruhig. Ich sehe halt so weit nicht. Ne, aber irgendwo ist was. Sind die vergraben? Ja, die sind hinter dem Stein hier. Ich glaube, die buddeln sich gerade durch den Stein durch. Super. Na, ist egal. Dann haben sie eine Beschäftigung. Immerhin. Können sie gerne machen. Ui, ui, Freunde. Aber, oh, jetzt kommt wieder wer? Ne, ne, ist immer noch jemand hinter dem Stein. Hm. Wir beobachten den dunklen Stein. Wimper hier ist schon... Oh, jetzt kommt wieder wer? Komm her. Boah, ey, du stehst so nah an der Kante. Das täuscht aber. Bei mir sieht es anders aus. Hallo, guck mal nach unten. Na, jetzt stehst du gut, aber du hängst gerade mit dem Fuß schon drüber. Ja, das täuscht. Zeig dir. Ach, komm, ey. Trefft ihr nicht. Jetzt. Ja, der ist hin. Cool. Dieser Himmel hier. Wahnsinn. Was war die Waldfee? Wir leben noch. Aber wirklich? Ja, ich glaube auch, dass wir die Nacht überleben. Das denke ich auch, aber da ist richtig viel kaputt gegangen. Naja, geht so. Ist okay. Oh, es kommt wieder was. Ey, ey, ey. Eine kranke Uschi. Eine kranke Schwester. Guck mal, Uschi. So nicht. Du kommst ja heute nicht auf die Spikes. Boah. Sag mal, garstige Olle hier. Da kannst du so rumfauchen, wie du willst. Dorn. Sterben wirst du trotzdem. Uiuiui, Freunde. Spannend, spannend. So, wer jetzt, ey? Weißt du, was das geile ist? Was denn? Wir müssen ja dann bis zur nächsten Hordennacht... Oh. Oh, schsch. Oh, nein. Nein, und jetzt kommt noch schlechtes Wetter. Nee, wir müssen... Es hat gerade geblitzt. Das ist ein Spider-Zombie, glaube ich. Wir können Wände hochklettern. Oh, nein. Da gerade kommt ein Kriecher. Ich versuche, den zu treffen. Oh, Mann. Der ist, glaube ich, hin. Nee. Wenn was kommt, sag Bescheid. Also, wenn was hinter dem Stein vorkommt. Ich mache unten die Wand noch. Ja. Alter, lass den Spike in Ruhe, Mann. Okay, der ist hin. Oh, ja, jetzt, jetzt, hier ist ein schneller... Oh, oh, der kommt. Der kommt hoch. Der kommt hoch. Einfach drauf. Das Nachladen ist manchmal... Ist der tot? Ja, dauern. Ui. Boah. Ja, was ich gerade sagen wollte, weißt du, dass es gut ist, dass wir nebenher dann noch beim nächsten Ort nach die Hütte richtig aufrüsten müssen und wir müssen auf Plündert vorgehen. Ja, so, da kommt der Nächste. Aber das ist kein Spider, das ist ein Dickerchen. Mann, ey, ich will, dass dir dein Kopf wegspringt und ich fliege wieder raus. Das ist schade. Ich habe echt noch nicht raus, in welchem Moment was passiert. Oh, mein Gott. Und jetzt war gerade noch ein anderer Name am Start. Aber hey, ich habe gerade, naja, ich habe gerade recht lange gehalten. Ja, falls jemand einen Tipp hat, immer mal her, ne? Ja, woran das liegen kann, also, wir haben echt keine Idee, weil wir haben ja jetzt keine Motze oder so drauf. Das war am Anfang auch nicht so. Genau. Ich meine, ich werde so oder so mein Spiel nochmal neu installieren, möglicherweise ist irgendwas schief gelaufen, keine Ahnung. Alter, kann doch noch sterben. Der will nicht. Der will nicht. So. Wo ist er denn? Nee, war klar. Na, er hat schon ein paar Pfeile getrassen, der Dicke. Das sind ja zwei. Fall um. Okay, ich glaube... Nee, er lebt immer noch. Die, jetzt. Die halten so viel aus. Ja, eine Armbrust hätte was. Ja, richtig. So ein schöner Crossbow. Da kommt der Nächste. Was ich aber gut finde, äh, das war vorher nicht so, die Spikes, die verlangsamen jetzt. Oh, hier ist ein Kletterer, ein Kletterer, ein Spider. Nee. Na, oder? Ach nee, das ist die Olle. Die ist einfach nur schnell. Wischi, bleib doch mal stehen, Mensch. Die, äh, die Spider-Sombies, die, äh, rennen auf allen Vieren. Ja, ich hatte nur geguckt, die, äh, sah gerade so komisch aus. Weil die Klamotten sehen halt ähnlich aus. Und die Nächste. Jetzt bleibt doch entspannt, Mensch. Trag mich, wie die es immer schaffen, ihr Bein zu verlieren. Na, die nehmen ja Schaden. Ja, aber fällt auf einmal das Bein ab? Na, das wird schon korrekt berechnet. Wenn die Schaden am Fuß nehmen, dann geht der Fuß ab. War das Bein. Also Leute, merkt euch nicht den Fuß stoßen. Irgendwann geht der Fuß ab. Ja, das stimmt. 1.34 Uhr. Es sind noch zweieinhalb Stunden, da kommt die nächste Olle. Boah, ey, haben die hier aufgeräumt? Ja, es ist, also es ist überschaubar, finde ich. Also es ist gar nicht so viel kaputt gegangen. Es ist halt nur einfach, weil die ganze Zeit von der Seite kommen. Aber ansonsten, der Rest ist ja noch ganz. Das ist halt nicht kaputt. Ja, Mäuschen, ein Kleinchen ist nicht schön genug für die Nacht hier heute. Deswegen musst du sterben. Und der rutscht erst mal über sie rüber, ey. Schweine! Perverslinge! Wirklich! Ach, komm, sterben! Der will noch nicht. Also ich muss sagen, die killen schon ein bisschen was weg, die Spikes, aber so immer sind sie jetzt nicht. Das ist jetzt eine Verzehnfachung des Preises rechtfertigt. Nee, auf keinen Fall. Das ist wahr. Und der Mond ist immer noch da oben. Aber es ist schön ruhig gerade. Ui. Es ist die Ruhe vom Sturm, pass auf. Und da kommt die nächste. Erstmal gegen die Spikes. Die will echt die letzten Spikes hier kaputt machen. Ah, komm. Oh, daneben. Ich habe nur noch 60 Pfeile. Oh, ich habe noch 125. Na gut. Kannst du ja noch neue bauen. Haben wir noch Federn? Na, ich... Ich baue mal noch ein paar. Ja, mach mal. Weil ich habe keine Federn mehr. 88 Kalina bauen. Das heißt auf jeden Fall, wir müssen noch richtig viele Federn sammeln. Wir müssen richtig für Holz holen. Für die Spikes und für die Federn. Und da kommt der nächste. Und da Spikes haben wir noch ein paar. Das ist schon mal drin. Ja, aber wenn man sich anguckt, was hier verloren gegangen ist. Ja, das ist trotzdem überschaubar. Das ist... Ich meine, wir haben jetzt auch ein besseres Werkzeug. Von daher geht das ja ohnehin besser. Aber jetzt kommen wenigstens echt nicht mehr so viele gerade. Es ist immer so eins, zwei. Auf einmal. Okay, der ist auch hin. Cool. Level up. Ja, ist aber tatsächlich das einzigere, was wir an Federn haben. Das ist alles jetzt. Ja, das ist so. Deswegen müssen wir danach halt ordentlich looten gehen. Und zum Glück haben wir den Bogen repariert vorher. Oder neu gebaut. Mann, ich will mal wieder so einen schönen Headshot hier. Komm, sterben. Ey, was ist hier rumblödeln? Oh. Da kommt wieder ein zweiter Zombie. Ja. Mit der Keule kaputt hauen. Mit der Keule? Also du kannst den Bogen drauf schießen, ich hau ihn runter. Okay, ich versuch's. Und? Komm her, komm her. Da ist er. Komm, Freundchen. Komm. Na komm. Weil vielleicht stirbt er auch gleich so. Der kommt nämlich grad nicht an dem Boden Spike vorbei. Komm. Oh, da kommt noch einer. Ey, ey, ey. Scheiße, Vorsicht, der nackt. Ja, ist okay, ist okay. Bist du ihn? Ja. Oh mein. Boah, diese Geräusche. Widerlich. Ey. Da vorne. Den. Jetzt. Er lebt noch. Jetzt, aber. Jetzt. Geht immer noch. Was ist mit dir los? Und da vorne kommt ne Uschi. Die sind schön da rumgegangen. Ja. Jetzt. Nee. Doch, der ist da rum. Oh. Ich hab noch 28 Pfeile. Ähm, ich pack dir unten in die Gisse welche rein. Ja. Hast du? Ähm. Oh, was ist denn hier los? Können wir mal die Pfeile trennen? Achso. Ich guck mal kurz, was hier los ist. Ja, dann geh nach oben, guck mal bitte, was gerade passiert und verlass die Truhe. Ich nehm die jetzt einfach alle raus. Ja, das war der Plan. Gut. So. Schnuffelt's. Hier unten. Erwischt. Na, zuckt noch. 2.38 Uhr. Sie atmet schwer. Das waren 4 Uhr oder 4.30 Uhr? 4 Uhr. Okay, also haben wir's gleich. Ich hab's auch mal. Ja, da kommt wieder einer. Ja, ich kann nicht. Scheiße. Oh, ja, die ist rausgeflogen. Ja. Das ist doch ne Absicht hier vom Spiel. Das ist einfach so der Extra-Challenge-Mode, ja? Ein Spieler muss immer seine Connection verlieren. No, shit, geh weg. Das ist jetzt ein Spider, oder was? Ja. Was ist das gleiche? Alter. Der ging aber schnell. Nee, der ging nicht schnell kaputt. Nicht? Okay. Da ist noch einer. Uiuiui. Aua. Hm. Was sagen denn hier? Meine Stats. Ja. Bisschen Hunger. Oh, sehr schön. Headshot. Richtig gut. Ich bin mal kurz was essen. Ja, wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal so einen Überhang bauen, dass die nicht hochklettern können, die Zombies. Ja. Dann fallen die mal wieder runter. Ich hab auch noch drei Prozent essen. Ja, dann ist doch noch was. Da ist noch ne Ken von irgendwas drin, glaub ich. Thunfisch. 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 Ja, hol ihn hier rein, den guten Thunni. Den guten Thunfisch, ja. Na, jetzt ist er aber gerade verdächtig ruhig. Beschrei es bitte nicht. Es wird auch heller. Sieht man ja schon, es wird heller. Oh, aber? Wen gehört? Uiuiui. Ah, da kriecher. Boah, bin ich froh, wenn die Nacht vorbei ist, ey. Ich auch, du. Ich auch. Aber ich finde, die Verteidigung hat ganz gut gehalten. Ja, ich hab trotzdem ein bisschen mehr erwartet, wenn man bedenkt, wie Staffel 1 lief, aber... Ja. Es war ja auch keine Herausforderung, oder? Da haben wir ja auch 5 Milliarden Spikes davor gebaut. Das machen wir jetzt einfach auch wieder und dann ist das alles in Ordnung. Ich meine, hier ist ja alles ganz. Das ist ja schon mal das Gute. Ich sag ja, es ist eigentlich nicht so viel kaputt gegangen. Das ist halt wirklich nur die Ecke hier, wo die alle herkommen. Da kommt der nächste. Aber wir kriegen ja ganz viele Knochen, glaube ich, obwohl das Zeug vergammelt ja in der Zwischenzeit. Na, ein bisschen was tun kann man ja dann schon. Wie gesagt, überschaubar. Und die Woodlock Spikes machen ja im Regelfall auch noch Schaden. Ob das weh tut, wenn er da mit seinem Schritt direkt auf den Spike hängt? Mh, man könnte, ja, vielleicht möglicherweise eventuell. So. Ja, es wird auf jeden Fall heller, das ist schon mal gut. Ja, wer hat noch nicht, wer will nochmal? Also von mir aus können Sie jetzt... ... fernbleiben, wo ich gerade sagen... Hey, freut mich, warum zu denen? Ja, ja. Na komm. Ja, komm. Jetzt. Oder nee, der ist nur... Jetzt. Ja, haben Sie sich da unten durchgehauen? Irgendwie ist er so weit reingerammt in die... Ich weiß es nicht. ... in die Ecke, aber da ist nüscht. Das täuscht vielleicht einfach, wir können da halt nicht so richtig gut... Na, wobei, da fehlt aber was. Oh Gott. Oh Gott, ich hab keine... Oh Gott. Wo bist denn du? Ich bin runtergefallen. Direkt hier. Ja, komm hoch. Ja, wie denn? Na, spring auf den Dings rauf. Ich flieg gerade raus. Okay. Das ist auch ingünstig. Oh Gott. Oh je. Hast du da irgendwas hingestellt? Ja, links ein Frame. Okay. Auf die Spikes oder was? Ach da, okay. So, kommt irgendwas? Gerade nicht. Dann hoffen wir, dass ich schnell wieder reinkomme. Na, wo ist... Oh, jetzt kommt gerade Uschi. Ja. Ich steh wieder oben. Das ist ja schön. Warum... Boah, ich steh voll weit hinten oben. Dann bin ich vielleicht schon vorher rausgeflogen. Ui, ui, ui. Na? Ich will dich auch treffen. Eigentlich überleben die nicht so lange, wenn die so aussehen. Jetzt. Die lebt aber noch. Echt? Jetzt nicht. Die Krankenschwester zuckt zwar, aber das täuscht. Die haben da unten auf jeden Fall irgendwas weggehauen. Na. Oh, da kommt wieder einer. Na komm. Oh. Na komm. Aber es ist gleich geschafft, möchte ich nur mal sagen. Na los. Ah ja. Ui, ui, ui. Hab auch noch ganze 10 Pfeile. Achso, hast du die da rausgenommen? Eigentlich habe ich die rausgenommen. Das waren nur über 100. Ja, aber ich habe schon, aber hier ist nichts weiter in der Kiste. Also ich habe die, ja, habe ich ordentlichen Säcke verleilt gerade. Kann mir gar nichts. Boah. Ne, mir auch nicht. Aber ich habe nur noch 10 Pfeile. Weil ich habe in der Zwischenzeit ja auch nicht so viel gefeuert. Keine Ahnung. Oder wir haben dich verabschiedet, dass du rausgeflogen bist. Das ist natürlich dann bitter. Ah, okay. Die ist auch schon wieder hin. Ach Gott. Es ist echt echt schön. So, 5 Minuten. Da wird wohl keiner mehr kommen. Naja, das was jetzt noch auf dem Weg ist, das wird nur ankommen. Achso. Aber gerade ist nichts auf dem Weg. Oder? Doch, da. Uschi. Na? Hey. Fall um. Okay. Cool. Da war sogar eine Can of Peace drin. Wir haben die erste Nacht überlebt. Wahnsinn. Ey, was ein Stress. Aber der Mond ist noch rot. Und das trotz Annis Handicap. Ja, das ist wirklich krass hier heute mit dem Handicap. Ja, Mensch. Mal gucken, was hier los ist. Hallo? Da ist noch jemand. Ja, hinterm Stein. Jetzt liegt er. Mal gucken, ob er tot ist. Ne, ne. Jetzt vielleicht? Ne. Ne. Dann hat es noch mal. Nicht getroffen. Jetzt. Puh. War es das jetzt hier? Boah, die nächste wird auf jeden Fall schwerer, kann ich jetzt schon mal sagen. Das wird definitiv der Fall. Ja, dann brauchen wir auf jeden Fall mehr Verteidigung, bessere Waffen, mehr Pfeile. Ja, wir müssen doch morgen nicht plündern gehen. Auf jeden Fall. Also, Birdness können wir auf jeden Fall im Schneebio umsammeln ohnehin. Ja, dann ist das auf jeden Fall der Plan dann. Eine Stadttour steht noch an, ansonsten Bücherladen müssen wir auch noch stehen. Ein paar Rezepte finden. Vielleicht eine Armbrust. Eine Armbrust würde, glaube ich, das Ganze ein bisschen steunigen. Ja, das denke ich auch. Die macht ja auch mehr Schaden. Na gut, ich würde sagen, wir müssen erst mal gucken, was mit Annis Rechner los ist, beziehungsweise mit der Connection. Warum ich immer rausfliege. Genau. Sagen wir schon mal, danke fürs Reinschauen. Die Hortnacht war sehr unterhaltsam. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.